Ja Du lässt uns jetzt auch hier durch Äh, oh, wir gehen danach doch nicht durch Hi Sky! Huh? So you've been Martin? Great, let's battle! Bin ich nicht dafür? Aber okay Hippo... Hippota... 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 Okay... Da haben wir ein Lichtstreckel... Sandwirbel... Ernsthaft... Hm, wo kommt der Sandsturm schaden... Der Sandwirbel finde ich jetzt gerade uncool... Na gut, egal... Drittischer Treffer... Nice... Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun Ich werde den Fogodiler bekommen... Und... Ja... Ja, wir brauchen... Ach, wir brauchen wir brauchen... Ja, zu, wo bekommen wir das her? Okay... Und plötzlich ist das noch erledigt? Na, jetzt wird es uns noch zeigen, wie die benutzt wird... Ähm... Ein paar Fragen, das machen wir auch selber... Ja, aber... Gut... Ich weiß, das haben wir nicht, ne? Ich weiß, das haben wir nicht, ne? Die Pokémon kann da nicht... Wenn du siehst... Nix, du kannst du nicht auch tun... Du wirst stehen... Da... Intens? Pokémon? Ja, aber items... Items... wieder zerschneider baum vielleicht nicht mehr ja alle wie neu die feier wieder unterm hiltern Mein Gott, mein Winn! Ja, auf dem Grund, dass ich Steingeld haben wollte. Moment, man könnte doch einfach... Ah, aber doch nicht mehr. Scheinlux! Ähm, Kratzer. Ja, schön. Scheinlux, Scheinlux, Scheinlux! Schön. Ähm... Genial! Wollen wir mal anschauen, wie unser viertes Pokémon? Boah, der Sound von Azt, Schatz! Ähm... Das ist so das Einzige, was ich gerade daran stört. Was haben wir hier noch alles Schönes? Was haben wir hier noch alles Schönes? Ja, das ist so das Einzige, was ich gerade daran stört. Na gut, Schavalleli... Komm, er ist jetzt nicht möglich. Komm, er ist jetzt nicht möglich. Komm, wir haben ja noch alles auf der Ruhe. Ja, das ist wirklich jetzt gerade noch erfahren. Fukanu. Gut, da hätten wir ein Feuer-Pokémon gehabt. Wie gut ist. Vorbei, Fukanu... Ne, ist gar nicht so gut, weil er entwickelt sich erst auf den Feuerstein. Zu Arcanu, von daher... Passt das so doch. Ja, Nakellatz. Warum sind die jetzt alle Levitär? Der Schein ist bei Levitär. Der Schein ist bei Levitär. Das war das Einzige, coole Pokémon mit der Ruhe. Hehehe. Hehehe. Na, wir gehen mal heilen. Na, das war zahm. Ich komm nicht drauf klar. Näm, ja. Näm, ja. Näm, ja. Näm, ja. Da hab ich auf die Uhr geguckt. Gut. Heißt, es wird ein bisschen längere Folge. Oder auch nicht. Näm, ja. Das ist jetzt suboptimal. Gut, wir schauen, wie weit gekommen. Ich komm mal quasi Zedrümmerer. Ja. Haben wir auch schon den Grund, warum wir ein Zickzacks haben. Jetzt kommt ein Zickzack wieder hat. Äh. Super drauf. Schön. So. 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 Soll ich vielleicht nicht dringend schuhen. Nein, das ist anstrengend. Hehehe. So, damit sind wir auch schon Level 14. Das ist doch gut. Und jetzt kriegen wir einen Schein. Wir sollen uns schon mit unserem Schein packen. Und daher. Gut. Und Recruiten. Schön. Ja, ich kann nicht mal. Oh. Und warum ist das Bild gerade so dunkel? Okay. Krass. Das Bild ist irgendwie gerade ein bisschen merkwürdig. Und dann haben wir einen Panferno. Oh, Mega Heap ist. Ne. Ach, das ist quasi. Turbo Heap. Oh, das ist wirklich schön. Oh, das ist wirklich schön. Ja. Und damit steht auch schon fest, die Folge wird ein bisschen länger. Weil wir wollen jetzt noch an die andere Stadt kommen. Und es gibt so viele Wege. Ich bin wahrscheinlich beide zum selben Ziel, aber es gibt viele Wege. Ja, das ist Turbo Heap. Ja. Turbo Heap. Turbo Heap. Turbo Schlaf. Keine Ahnung. Gut. Aber ich will jetzt was sagen. Wie wir diesen Weg weitergehen. Und. Ja gut. Jetzt. Halt, dass ich weg aufdreht. Hm. Hm. Jetzt gehen wir auch noch rum. Ich hab das Gefühl da unten ist das Ziel. Von daher. Kämpfen wir jetzt gegen die anderen zwei gar nicht mehr? Ja. Oh. Oh. I'm glad that you're here. I already. What? Die Algen in Kreatine appear and they are fighting. Everyone is scared. Ähm. Was ist hier mit aufzuschauen? Und. Wie es weitergeht. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von. Let's play. Warum es nur was geil. Bis dahin. 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 Vielen Dank.